ja hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play red dead redemption so da sind wir wieder ich habe ja in der letzten folge die typischste gelootet und geld eingesammelt jetzt weiß ich gar nicht habe ich auch noch fälle oder sonst scheiß eingesammelt ja ein bisschen also nicht viel die wildes mutterkraut werde ich noch aufheben da ich bisher für eine mission brauche und glaube ich noch salbei und auch einen anderen kurs da roter salbei und irgendwas anderes aber das werde ich dann nach und nach machen wenn ich in die gebiete reinkommen ja da werde ich abkürzen hier macht ja nichts okay ja wo wollen wir jetzt hin kater da ist jetzt fragezirchen aufgetaucht letztens fremde person war das da ich dachte das war hier irgendwo wo ich letztes mal langgereitet bin wo ihr es nicht gesehen habe das habe ich auf camera gemacht was wäre das hier ich gehe mal hier lang dann werde ich sie auf dem weg vielleicht sehen ich werde das nicht die haupt dinger machen ich werde mal ein paar nebenbisschen suchen komm gaul meiner so schauen wir mal eine waffe wie schaut es aus ok winchester weg ein bisschen lang reiten wir haben ja davor ein bisschen den dings gerettet hier den den wer ist jetzt wo ist dickens karte ein bisschen zu größern so ja natürlich nach stadt daran bereitet nein macht er nicht loswert ich werde eh hier rüber ziehen deswegen ein bisschen auf dem weg ups ja leute sorry das war keine absicht ich habe nur hilfe gehört und dann war die vor mir und ich habe es einfach mal irgendwie versehentlich umgeritten ja das kann passieren leute es ist nicht so schlimm ich glaube wir haben also das ein bisschen die stand ja da muss ich sagen gibt es hier etwas schönes hallo hallo ein stuhl in kaputt da der Richtung wand zeigt ein schämlich stuhl oder was das ist der schämlich stuhl oh was liegt denn hier Hä? Was ist denn das? Ein Ziegel oder eine kleine Mini-Trohe? Nein, ich glaube ein Ziegel. Ist hier draußen irgendwas? Die haben hier die ganze Wand eingerissen hier. Oder weggesprengt, ich weiß nicht. Sieht scheiß aus. Ist auch nichts. Ja, ich nehme die Bode. Ist schick. Hat zwar kein Dach in meinem Kopf, aber so ein bisschen halbwegs. Was ist denn hier? Vögel hier drumherum. Ist aber kein Toter. Die Eule ist weggerannt. Die ist nicht tot. Die ist nicht tot. Die ist nicht tot. Ja, ich habe die Kräuter gesehen. Ich achte auf vieles, aber vieles sammle ich einfach nicht ein, weil es einfach nur doof ist. Ja, ich rate mal lieber an die Seite hier. Ja, ich weiß, dass du keine Power mehr hast. Abends Pferd. Da sind ein paar neue wilde Pferde. Auch von den Schicken dabei. Aber ich fange die jetzt nicht ein. Das war hier doch keiner. Hm. Kojoten! Noch mehr? Nö. Cool. Knete braucht man immer. Fälle für Knete. Super. Ja, das ist super. Ja, wenn ich viel weiter ins Land reite, muss ich echt aufpassen. Wegen den anderen wilden Viechern wie Puma und so weiter. Wenn die dann irgendwann mal auftauchen in bestimmten Gebieten. Was war das denn? Was war das? Ich habe dich gesehen, du. Wo bist du? Wo bist du? Da! Ich seh dich, ich seh dich! Du. Du Götteltier, du. So. So. Okay. Pferd, komm her. Komm her, du Gaul. So, Moment. Karte. Gut. Also sagt es da oben. Ja gut, dann war es eine andere Kreuzung. Dann habe ich wahrscheinlich die Kreuzung hier gesehen. Wo ich mal hier hin wollte. Dann war das wahrscheinlich das. Na gut. Gut. Dann war es halt das. Egal. Halten wir halt mal dahin. Fremde Person. Schauen wir mal was so schönes von der kriegen. Was für eine Geschichte da ist. Aber es wird auf jeden Fall mal was anderes sein, als hier wieder noch eine Mission hier. Äh, amerikanische Begehrlichkeiten. Genau. Jetzt habe ich irgendeinen Viech gerade vertreten. Das macht immer so ein Geräusch. Und, äh, das war, ja irgendwie das gleiche mit den Jungen halt, der Verschunden ist und die Frau. Oh, ja gut. Er ist... Ups. Jetzt an. Ach so, wenn ich weiß. Ja, genau. Das war die Mission, was ich da gesehen hatte. Wo ich vorbei geritten bin. Was denn los? Hallo. 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 Hallo, Miss. Jenny. Jenny oder wie die hieß? Jenny. Ha. Ich wusste es doch. Oh. Was macht denn die allein in der Wildnis? Was? Ich will die Berge machen, in dem sie glaubt? Nicht, aber auch. Ja, da bin ich ja gespannt. Ja, auch ohne Glaube. Ich hab doch Medizin. Ich hab dich mit dir geholfen. 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 Oh, Gott. Oh, Gott, ich weiß, dass du mich verletzt hast. Entschuldigung? Du siehst, es war nur durch seine Wille, dass du mich verletzt hast. Oh, die sieht echt krank aus. Nimm die Medizin. Will you come with me? Oh, I'm here, mister. I'm in heaven. Heaven. Ich würde die gerne mal in die Stadt mitnehmen. Und die versuchen zu retten. Ups. Was war denn das jetzt? Oh, falsche Taste. Ähm. Da. Kann ich die einfangen? So. Ich rette dich, Jenny. So. Ja, Leute. Also die Mission ist abgeschlossen. Ich würde vielleicht doch irgendwo anders auftauchen. Aber ich hole sie jetzt mal aus dem Mist hier raus. Das geht ja nicht. So. Ja, ich bin nett. Schaut Leute, ich will die Kranke retten. Und versuch's auch. So. So, Leute. Ja, der Hut bleibt da. Komm, wir retten die Stadt. Ja, ist doch nicht der konventionellste Weg, um eine Lady zu retten. Ja. Mach ich im Privat auch so. Aber andere halt nicht. Na, Spaß. Ich bin nicht so. Nee, aber ich kann die nicht leiden sehen. Das ist scheiße. Die will hier bleiben, dann müssen wir sie halt zu ihrem Glück zwingen. Ich werde sie mal da vorne bei einem Arzt absetzen. Das hat hundertprozentig nichts mit der Mission zu tun. Also ich habe die jetzt wirklich nur so mitgenommen. Vielleicht bringt's ja was, was ich nicht glaube. Ich habe das noch nie gemacht. Was mir auch nicht gesagt wurde hier im Spiel. Aber so kriege ich sie auf jeden Fall mal in die Stadt. Damit sie da nicht da liegen bleibt. Und dann, was weiß ich, von irgendwelchen hundert hungrigen Viechern angefallen wird. Und dann gefressen wird. Und dann heißt es, da liegt ein Skilett von der Jenny. Und wir haben nichts getan. Wir sind einfach abgehauen. Und, nee, das geht nicht. Das geht nicht. So, das war ja schon eine Stadt. Perfekt. So. Alt. Absetzen. Hepp. Opfer tragen. Komm mit. So, ich liefere dich jetzt mal beim Arzt ab. So, komm mit. Du. Da war der Arzt. Irgendwo da vorne, glaube ich. Ah, da ist nochmal ein Fragezeichen. Gut. Gut. Falls sie es nicht schafft. Nebendran ist ja der Statter da. Beim W ist der Arzt. Beim... Da will ich jetzt grad nicht hin. Ne, ich setze mal hier ab. So, ich will jetzt grad die Mission von West Dickens nicht tragen. So, bitteschön. Du bist in der Stadt. Hier können sie dir helfen. So, bitteschön. Alles klar? Ja, genau. Renn zum Arzt. Na, wo rennst du denn hin? Jenny. Das ist kein Messer. Wieso bist du jetzt so verletzt? Hallo? Na, okay. Ich geh mal zum Ding. Ich hab's auf jeden Fall in die Stadt gebracht. Er heult da schon wieder. Du, was ist los? Der Mann? Dein Sohn schon wieder? Oh, der Mann. 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 Drei Tage. Ja. Du wirst in den Hölten. Wie wirst du das wissen? Sie sagten, Herr. Wenn ich ihn finde, ich bringe ihn zurück. Aber die Leute sind da. Da. Oh. Oh. Oh mein Gott. Wenn er weg ist, dann würde ich. Wir haben nicht viel Geld. Doch. Keine Wölfe? Oh man. Ja, erst ein Kind, dann eine Frau und jetzt... Was für er schreit? Wer schreit? Wo? Wo denn? Was schreit denn da wer? Hä? Jetzt Hallus? Ihr habt das doch auch gehört, oder? Leute. Leute. Das habt ihr gehört. Okay. Dann... Nochmal da hoch. So. Ja, halt. Moment. Falscher Knopf. Ähm. Falsch. Da. Da muss ich hin. Da hin. So. Falschrichtung. Na gut. Auf ein neues. Jenny? Ja. Gut. Da verschwinden immer mehr Leute. Ist scheinbar so gedacht. Erst ist ein Kind verschwunden, das komischerweise große Füße hatte und große Schuhe und... ...große Knochen. Also war es wirklich nicht wirklich ein Kind. Vielleicht haben sie sich ja abgeändert in der Version hier. Kann sein. Zur Zensur hier. Nein. Keine kleinen Knochen, keine kleinen Füße oder so. Gut. Kann man verstehen. Hier. Das ist immer noch eine Grauzone im Spielen. Äh. Verstaubende Kinder oder sowas zu zeigen. Klar. Will man ja auch nicht sehen. Wirklich. Aber okay. Ähm. Dann ist... Die Frau da verschwunden. Da haben wir den Hut dann gefunden. Und einen Arm. Und ich glaube auch einen Schuh. Oder? Ne. Einen Schuh nicht. Äh. Ah ja. Der Cowboyhut auf jeden Fall da. Der Arm und... Doch. Einen Schuh. Ach. Sehr wurscht. Und hat viel Blut natürlich. Und dann... Der Arm und... Suchen wir jetzt. Hat einen Mann. Der hier auch... Verschwunden sein soll. Da bin ich gespannt. Hm. Auf jeden Fall irgendwo da oben. Sind auch wieder auf der Seite da. Okay. Ach. Der Weg ist natürlich hier wieder... Ah. Zu Ende. Das verschwindet natürlich da unten beim Weg. Nicht beim Kreuz. Nein. Das ist auch wieder so toll gemacht. Weil wir wissen ja... Wo es ist. Im letzten Mal. Da oben. Ja. Es treiben die sich hier immer mitten in den Urwald hier. Also hier mitten in der Wüste rum. Urwald nicht. Wüste. Kaktuswald. Da haben wir was gefunden. Oh. Der lebt sogar noch. Oh. Du bist verletzt am Bein. Und steht da. Wenn ich ihn finde, dann bringe ich ihn hierher. Danke, Herr. Halt. Halt. Oh. Bleib stehen. Oh ich ahne Schlimmes. ich glaube nicht dass der den wir haben hier der böse ist weil er hat schon so hat schon so komisch gelacht ich wollte schon nicht entkommen von den verrückten und der verrückte ist ja da aber wir sehen uns gleich sehen das ist jedenfalls meine vermutung was zum hallo falsch war ich wollte nicht erschießen ich wollte den fangen ich dachte er hat noch das kann ja du so jetzt lasse ich dich wo ist eine andere was ist eine andere jetzt hin der war doch hier oder Leute da den nehme ich hier gleich mit und ich schneide dich los sorry freund so alles ok kannst gehen und du kommst mit kannibale du Schwein wir haben schon gesehen gehabt dass da arm und sowas lag und du kranker penner du so nicht so nicht du du kommst jetzt mit bereit noch mal diesen kranken typen ein würdevolles ende so jetzt muss ich kurz gucken die karte ok schauen wir ob wir ein schönes ende für ihn finden reiten wir erstmal hier ein bisschen lang gucken wir noch mal auf die karte ja ich will ihn wieder auf die schienen packen erst mal schauen wie wir den zug erwischen hier reiten wir mal ein bisschen langsam ja Leute wir haben hier einen kannibalen auf dem pferd ich habe es nicht genau gelesen ich könnte es auch im menüeintrag nachlesen was er gesagt hat aber falsche taste machen karte so was sagt die ah ok die fährt da lang dann könnte ich abkürzen wenn ich hier ein reiter einfach mal quer durch da hin voll mir an hier unter du von mir an hier unter du wo ich war ja ah toll das ist ja auf der anderen seite vom berg ach scheiße komm ich denn da hin ach komm das wird doch nichts oder ah wieder falsche taste mhm start nicht select ok dann muss ich da hinten drüber reiten da geht es durch und dann bin ich dann direkt bei den schienen gut dann da glaube ich nicht oder und da wäre auch ein weg glaube ich glaube da vorne wäre es gescheiter schnell komm ich wenigstens noch ein bisschen hier den ah völlig ah bin da durchquetschen hier ah das könnte knapp werden und alles nur um so einen typie da zu bestrafen oh oh durch die pikes base nein 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 mein Gott lass mal gescheit hinhocken ne ich will nicht durch die pikes base scheiße ach der fährt eh wieder zurück na toll super fährt er wieder zurück ah verdammt fährt er wieder hin da hoch und dann ok ja das ist vielleicht gescheiter wenn ich da hin reite ja leute das ist jetzt ein bisschen doof also ich wollte jetzt nicht durch die pikes base in reiten weil da haben wir ja gesehen da ist dann auch wieder ein angriff ding von so ein rancher und da erstmal hoch zu kommen da mit dem pferd und alles ist wieder ein bisschen komplizierter deswegen hat sich jetzt eh nichts gebracht und der zug ist ja eh wieder zurück gefahren also schwachsinn deshalb machen wir gleich mal einen weg dahin wo wir hin sollen wollen müssen können und schauen wir mal wie der zug denn fährt weil da hinten ist ja so eine kreuzung der fährt da hoch und dann wieder zurück weil das ja nicht durch die durch die berge geht deswegen war der zug auch rückwärts angezeigt weil er jetzt gerade rückwärts wieder zurückfährt der wollte das schon mal nicht weiter aber wir wollen jetzt erstmal diese kannibalen davon aus dem weg räumen was willst du denn hau ab bist du doof oder so? hau ab ja du auch pass auf dass euch kein zucker wischt hier ihr rowdies jetzt reite ich mal so zieh fix das sollte ich hier runterreiten hau cut reite halt gerade ne ich führe keine schießerei muss nicht sein hoffentlich erwischen uns keine wilden viecher hoffentlich erwischen uns keine wilden viecher was äh klingt nicht gut ich reite mal hier weg kurz auf die karte schauen so wie es hier ausschaut ok wir sind da der Zug fährt krass wir dürfen schon von der Sonne wir dürfen schon von der Sonne wir dürfen schon hier anhalten und dann genau na schau mal vielleicht fährt er ja dann wieder hoch ich bin hier auf jeden fall bei den Schienen wir fahren mal kurz auf die karte schauen weil der Zug ist ja relativ schnell oder auch nicht ähm na gut ich werde mal vorsichtshalber hier drauf legen aber der ist ja gerade hier unten der Zug aber der ist ja gerade hier unten der Zug so runter hepp abvertragen komm her du Kannibale du verrückter hä oh ich hör sogar den Zug ich habe ihm den Zug gehört glaubt ihr es auch gehört ja der hat gerade geräusch gemacht dass er gerade da angekommen ist scheinbar und diesen Stadtstück da oder Bahnhofstück müssen wir auch noch begutachten der wird hier bestimmt rumfahren irgendwo ja na gut auf der Karte sehen wir jetzt nicht weil es jetzt Pause irgendwie ist ja gut Leute ähm ich mache hier kurz einen Cut das ist schon wieder soweit und wir sehen uns beim nächsten Mal starte ich jetzt dann wenn wir unsere Opfer direkt vor den Zug postiert haben ja also vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich euer Shadow Mars können Das war's.